Oh, wir sehen uns noch gar nicht vorbei. Gut. Okay. Alles im grünen Bereich. Was, 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 was? Was? Moment, Moment. Ich kann 20 Einheiten? Wo ist mein Commander? Wo ist mein... Wo ist denn jetzt wieder der andere? Oh mein Gott. Es ist dein, es ist dein. Ich kann es nicht lesen. Ich kann es immer noch nicht lesen. Oh, special, special. Geile Scheiße. Das heißt, ich kann ihm jetzt noch zwei Einheiten zuweisen. Geil ist das denn? Das heißt, ich brauche noch zwei Einheiten. Äh, okay. Ah ja, richtig, war ich das andere ja ursprünglich. Bauen wir noch, bauen wir noch. Erforschung mal irgendwas nennenswert, interessantes. Das vielleicht, ne? Ja, dann warte ich erst mal noch mitbauen. Boah. Ich schicke euch erst mal alle zur Reparatur, wenn das möglich ist. Ich arme Irre. Ich arme Irre. Ach, schön. Ach, da sitzt noch was. Das habe ich gar nicht gesehen. Na dann. Ich habe schon Panik gerichtet, dass es jetzt nicht mehr so vorbei ist und ich das Zeug gar nicht erforschen kann. Keine neuen Videos. Immer gut. Gas-Tupin-Reaktor, was bringt der mir? Mehr Energie? Ich hoffe es. So, seid ihr repariert? Ja? Was denn jetzt los? Jetzt ist das Spiel kaputt. Wenn ich schon anfing, die Einheiten zu reparieren, dann wird's kritisch. Dann wird's kritisch. Komm. Egal. Volles Gekeil. Aber jetzt wird's noch schlimmer mit den Gekeilen, ne? Weil ich noch zwei Einheiten mehr drin habe. Boah, geil. Egal. Ich habe, ich habe Special. Was kommt danach? Held, glaube ich, ne? Held, ja. Oder so. Boah, da brauche ich ja noch wahrscheinlich nochmal so viele Kills oder so. Keine Ahnung. Ach, wir speichern und fahren nochmal auf. Komm. Weil's gerade so lustig ist. Weil ich mich so toll freue. Grundlagenforschung abgeschlossen. Oh Gott, ich kann noch mehr. Stellung mit Selbstlern ist geschützt. Ich mach mal das. Okay, Video, Video, Video. Waffenforschung abgeschlossen. Hochgeschwindigkeitsgeschütz mit 88 Millimeter geschossen. Wie geil ist das denn? Du bist doch bestimmt besser als das Geschoss, oder? Okay, du hast eine höhere Reichweite. Eine geringere Feuerrate. Hm, nein, Moment, ist das Schaden? Feuerrate ist höher. Ersetz' ich dich? Ersetz' ich dich nicht. Was doch wenig erleben, ne? Ersetz' ich dich mal noch nicht. Aber was noch nicht ist, kann ja noch werden. Warum kann man so alte Waffen eigentlich nicht ausblenden lassen? Das wäre cool. Denn wir erforschen ja noch selbstlandige Schütze. Ob's dadurch schneller wird? Ich glaube fast nicht. Ah, abwarten, abwarten. Wir bauen das auf jeden Fall noch. Grundlagenforschung abgeschlossen. Oh, was, was hab ich erforscht? Keine Ahnung. Was hab ich noch erforscht? Ah! Initieforschung abgeschlossen. Gastepin erhöht Leistungsabgabe. Oh, und wir werden auch noch automatisch aufgerüstet. Ah, geil. Geil. Bau ich Haubitzen? Nein, ich baue noch Lancer einfach ungeschlagen. So, macht mir die Mauern weg. Wir räumen hier jetzt mal ein bisschen noch auf. Sieht ja schrecklich aus. Ja, die Verteidigungsgebäude, da können wir auch noch Blöpp machen. Gehen wir hier nur auf den Sack mit ihren scheiß Kanonen. Und was ist das? Was ist das? Feindliche Basis ist ausgelöscht. Soll ich mir Sorge machen? Wie? Was? Wann? Hä? Ich hab nicht automatisch gewonnen. Okay, Moment. Das muss ich jetzt speichern. Da steht auch noch was. Was ist das? Was ist das? Warum steht das da? Das macht mir Angst. Herrlich, wie sie die Wände kaputt schießen. Oh, komm, mach da doch mal alles platt hier. Was ist das? Das ist eine komische Einheit. Macht mir Angst. Wie sie jetzt alle da stehen und gar nichts mehr machen. Ach du Scheiße. Wirrwindkanone. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das sieht... Was ist das? Ich hab keine Ahnung. Ich hab mir eben erst gewünscht, dass das kommt. Hm, ja. Okay, das könnte ich vielleicht später mal bauen. Später jetzt halt leider. Ich setz lieber auf pure Vernichtungskraft. Feuerlade brauchen wir denn, wenn der Gegner tot ist. Und du mit deiner Feuerlade nassst mich gerade. Weißt du das? Ich bin halt voll auf den Sack. Na, cool. Und die Framerate ist immer noch so niedrig, warum auch immer. Keine Ahnung. Das ist, ich jag's mal in die Luft. Jetzt ist es tot. Opfer halt mal da runter. Was ist das? Es gibt ja nicht mal ein Artefakt. Ach, das ist bloß zur Verteiligung oder was, wenn wir da angreifen. Da hätte ich auch von selbst drauf kommen können. Nein, denn du bist blöd. Aber warum fliegt das nicht mit der Basis in die Luft? Da stehen auch noch zwei Mauern. Nein! Fickt euch. Spielladen. Ich wusste es. Ich wusste, dass noch so was passieren würde. Missionstimer aktiviert. Ja, das Ding könnte man mal irgendwo noch in die Luft jagen. Dann... Ihr sollt zurückfahren. Sieht so geil aus. So 20 Raketen auf einmal da voll in die Fresse fliegen. Äh, baue ich da schon die Einheiten? Gute Frage. Rückkehr zur Landezone. Ja, ich habe sie schon gebaut. Hol ich die noch? Oh, doch, ich hol uns lieber sehr lieber. Dann habe ich sie nach der Missionsende dann alles im Griff. Äh, im Griff, ja. An demselben Punkt, am Ausstiegspunkt von... Wow, die sind dadurch schon echt weit befördert. Geile Scheiße. Irgendwo speichern wir mal. Da, speichern wir mal. So, das wird eine Forschung. Ich würde vier Forschungslabore bauen, sondern fünf. Kann man so viel überhaupt bauen. Ja, fünf kann man auf jeden Fall bauen. Nein, vier. Vier auf jeden Fall. So, den hatte ich ja schon mal. Ah ja, wir haben noch Zeit. 20 Minuten, da können wir alles noch erforschen. Vielleicht. Eventuell, möglicherweise. Oh, komm. Wer ist fertig? Boah, ich brauche bessere Forschungslabore, die irgendwie schneller gehen, außer es nur so prrrr fertig geht. Forschung abgeschlossen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich muss doch so viel erforschen. Ich muss alles erforschen. Ich, ich kann einfach nicht. Ich muss alles. Es geht einfach nicht anders. Ich falle, sonst hätte ich weniger Technologie in der nächsten Runde. Und ach. Ich lieb's einfach, Sachen zu erforschen. Das hat mir ja auch an Earth 251 gefallen, dass man da so viel erforschen konnte. Und so viel sinnlose Einheitenkonstruktionen machen konnte, die nicht wirklich von Nutzen waren. Oh, scheiße. Äh, Willwind. Ist Willwinds besser? Waffenforschung abgeforscht. 4,4,30 Millimeter Luftabwehrhäuser. Nur Luftziele. So, jetzt stellst du dir eine Frage. Was ist besser? Sag jetzt nicht Willwind. Sag jetzt nicht Willwind. Okay, wo ist denn Willwind? Ach, ne Reuerate von 250. Macht mir Schaden. Bei derselben Reichweite. Das heißt also, meine geile Aufrüstung war völlig nutzlos. Jawohl. 150. Ich muss mir jetzt sagen, dass das... Na, hat eine schnellere Feuerrate. Toll. Hm. Obwohl, das sieht aus, als ob es für die Zyklon wäre. Äh, eher Zyklon war das. Hm, 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 hm. Na, schauen wir mal. Was draus wird. Ach, komm, hör dann auf, so da rumzueiern. Wo bleibt überhaupt mein Transporter? Oh, hoffentlich habe ich nicht gewonnen, sobald die... Wieso ist der gelb? Hä? Achso, weil er beschädigt ist. Bin ich bescheuert? Das frage ich öfters, glaube ich, ne? So alle paar Minuten mal. Was? Wieso 15? Was? Hab ich jetzt noch eine Einheit verloren, oder was? Was habe ich denn? Drück her zur Landezone. Was baue ich denn da jetzt für Einheit? Äh, ich baue, ich baue noch, ich baue noch, keine Ahnung, was baue ich? Äh, keine Ahnung. Ach, wir bauen mal wieder ein Cyborg, oder? Schwerer Schütze? Ach, ne, Cyborgs sind scheiße. Ich baue noch einen Lancer, komm. Ich mag Lancer. Oder ich kriege gleich irgendwas, was noch viel besser ist, als Lancer und kann alle meine Einheiten verschrotten. Okay. Was haben wir... Oh, Video. Hööö. Okay, dasselbe mit hochauflösenden Geschü... Hoch... Hochauflösenden Geschützen. Genau. Die machen hochauflösende Bilder, wie sie euch erschießen. Genau. Hast du schon recht? Moment, was ist mit dir jetzt? Grundlagenforschung abgeschlossen. So, jetzt hätte ich baue den umsonst. Nein. Hä? Rückkehr zur Landezone. Nee. Problem mit der Karre. Äh, nein. Oh Gott. Scheiße, jetzt habe ich die Einheit umsonst gebaut. Ist schon fertig. Ist schon fertig. Ja. Naja, Reserven brauchen wir immer, ne? Kann noch was erforschen. Yeah. Solche sind die Inibau. Ich hoffe, die lösen... Heben... Lösen... Heben... Heben... Ändern... Irgendwann mal das Limit für Geschwindigkeit. Ich mein, 1,5. Das ist doch... Scheiße. Aber schöner Mob hab ich. Ja, ist schön. Ich will jetzt jetzt zur Landezone. Warum hab ich keine besseren Forschungseinrichtungen? Krieg ich irgendwann bessere Forschungseinrichtungen? Wer weiß. Vielleicht. Irgendwann mal. In der letzten Mission. Ah. Die letzte erforschtbare Sache. Haha. Da kriegst du. Die ultimativen Forschunglabore. Mit dem innerhalb von... Eine Sekunde ohne Ressourcenverbrauch. Alles erforschen kannst. Haha. Braugst du dann zwar nicht mehr, aber egal. Oh Gott. Das alle Fakten liegt so weit weg. Hinten in der Feindbasis, dass du... Oh mein Gott. Ich kann noch was erforschen. Aufhängung mit Sturmgewehr. Oh Gott. War das denn alles? Aufmerksam mal. Äh. Was wohl jetzt... Ah ja. Er ist nicht ganz hinten in der Basis. Wenn du das erreichst, hast du eh schon gewonnen. Okay. Neue Cyborg-Fly. Cyborg mit Sturmgewehr. Gebäudeforschung abgeschlossen. Luftabwehrsturm mit Willwind. Ist das jetzt besser als Zyklon oder nicht? Coole Frage. Gebäudeforschung abgeschlossen. Stärkerturm mit Sturmgewehr. Haha. Haha. Toll. Gebäudeforschung abgeschlossen. Aufhängung mit Hochgeschwindigkeitsgeschüssen. Greift Geschütze in der... Geschütze? Gegner, wollte ich sagen. Gegner in der Nähe an. Ja. 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 Hab ich was Neues dazubekommen? 285. Naja. Geht. Geht. Und was macht jetzt das... Naja, das hat er nicht überbleibt. Schweres Geschütz 17. Naja, das bissle mehr. Also für die Stärke, das lohnt sich meiner Meinung nach überhaupt nicht. N-n. Überhaupt nicht. Na, lass mal das so. Was macht ein Hochgeschwindigkeitsgeschütz... Nö, nö, ich bleib bei dem. Äh, was erforsche ich jetzt noch? Ah ja, Aufhängung mit Sturmgewehr. Das letzte, hoffe ich. Und 1.5 ist immer noch das Maximum. Äh, schsch. Vielleicht verreicht ändert sich das, wenn ich oft genug Plus drücke. Noch irgendwas, was ihr reparieren könnt. Könnt ihr euch reparieren? Nein. Hm. Das war's dann hier. Voll langweilig. Rückkehr zur Landezone. Sobald ich erst mal meine Armee angeliefert hab, ist das im Prinzip schon erledigt, was ich meint. Ja, lass ich die noch mal reparieren, ne. Wenn sie denn noch mal da runterkommen. Besser, ich speichere noch mal, weil... Sonst verkeilen die sich alle zwei Stunden da drin und, ja. Rückkehr zur Landezone. Wie immer halt. Nein, ich fahr nicht zurück zur Landezone. Sub 2 Underline 5. Was sagt mir das? Kamande 2 unter Mission 5 oder was? Oder wie? Oder hä? Alles igual, wenn es dir so ist, hier ist, das nicht �ت balconier, Das nicht leertig ist.